Hallo Pupinell, hier sind wir jetzt in Feierschen. In Feierschen sind wir. Ihr weisst aber, ob der Fühlerstocker jetzt in der Rotoar gefragt hat. Es ist doch ein Fühlersegel, das schafft nicht. So, ich feiere es schon an. Am Mittwoch sind wir. Der 12. Juli 223. Ja, es ist kein Juelsas, ich nehm mich reden. Die Tage brauchen wir den Rotoar.